und herzlich willkommen zu einem kleinen video auf meinem kanal theafkzb heute gibt es für euch ein paar informationen wir sind hier für den oder für die die es interessiert auf meiner nicht privaten mit freunden und bekannten hier wie dem seaboy zockt und dem zappdor lp aka typ aus den commis die ist hier so eine kleine skyblock welt wo wir alle möglichen dinge bauen aber die ist eine die ich nicht privat aus ihr wollt davon ein paar videos ziehen dann würde es sich theoretisch arrangieren lassen also davon paar videos aufzunehmen und dann vielleicht auch mit aber ich wollte euch eigentlich informationen über das projekt nero geben nero wie manche schon wissen sollten sollte eigentlich ja am samstag vor einer ungefähr einer woche starten aber durch das der server gegrieft und gehackt wurde hat sich das dieser start um also es wurde abgebrochen aber es gab ein mapsafe das heißt wir haben eigentlich und deswegen aber eigentlich schon ein wassenhaus aber es startet erst ein bisschen später deswegen kommt werde ich morgen deswegen sollte habe ich eine folge von mir gelöscht wie vielleicht vier oder fünf Leute euch schon gesehen haben oder ein paar mehr und sie haben halt gesehen dass ich die folge gelöscht habe und das ist der grund weil es der liebe tiger der das projekt organisiert uns geschrieben hat dass wir alle aufnahmen löschen sollen und deswegen habe ich das auch getan und dann so sind wie jetzt hier und ich erzähle gebe dir ein paar euch ein paar informationen zu was in der nächsten zeit kommen wurde ich hatte eigentlich eine tolle rage mode aufnahme die aber leider leideswegs beim wechseln also mein computer hat sich aufgehängt und dann musste der komplett neu aufgebaut werden und dann beim aufbauen musste man den administrator ändern wir haben nämlich mehrere accounts und ohne dass man das nicht machen können hätte man nicht einstellen können also nicht neu aufbauen können deswegen ist eine aufnahme verloren gegangen was leider sehr schade ist aber das macht nix auch immer werde ich euch sagen ich werde so ein bis zwei folgen Nero in der woche kommen lassen mit entweder alleine oder jemandem zusammen das werden so meistens update videos was passiert und irgendwann auch und das ist das ist voraussetzlich wird aber drei wochen in zwischen drei wochen so ein ähm ein gaming video kommen wie eine runde survival games pvp rage mode sucht es einfach aus und schreibt es mir in die kommentaren und zudem dass mir ein paar leute geschrieben haben ich sollte einen singleplayer bigronk machen habe ich mir gedacht nein weil ich ähm sehr... oh shit da ist gerade eine e-mail reingegangen ok mach nix weil ich ähm schon so eine singleplayer welt habe ziemlich große und ich ähm das eigentlich nicht noch mal machen will weil ich früher nur singleplayer welt habe gespielt habe und zwar richtig viel und das finde ich also das ist einfach finde ich halt nicht so toll wenn ich das jetzt noch mal machen will aber wenn ihr das unbedingt wollt dann könnte sich das ebenfalls einrichten lassen wo ich ja honkt dann... guck mal wir können sowieso nicht schlappen aber so wenigstens ein guter screen wo wir reingucken können ähm also und ich wollte euch fragen soll ich mein texture pack des wags für degraft verlinken oder soll ich ein tutorial machen wie man sich dieses texture pack runterlädt schreibt mir das bitte alles in die kommentare und ähm ja oh wow oh nein wie schade aber das macht nix das ist ein schlicht schöner aber gute abschlüsse dieses video und wir sehen uns dann in einem anderen minecraft video video wieder ciao